Kaffee, Konditorei, Bäckerei Hölzel. Tradition, Qualität und Genuss. Hier backen Könner für Genießer. Gegründet 1919 gilt das Traditionsunternehmen aus München heute als einer der führenden Anbieter von hochwertigen Kuchen, Torten, Gebäck sowie Semmeln und Broten, die ausschließlich aus natürlichen, reinen und ausgesuchten Rohstoffen handwerklich hergestellt werden. Auch wenn es um Sonderwünsche wie zum Beispiel Hochzeits-, Geburtstags- oder Designertorten für alle Anlässe geht, backen die Meister mit all ihrer Liebe, Kreativität und ihrem Geschick. Hochwertige Pralinen und selbst hergestelltes Speiseeis kompletieren die Produktpalette. Natürlich lassen sich die köstlichen Backwaren auch in den vielen Konditorei Hölzelcafés in München genießen. Dort servieren Ihnen die freundlichen Mitarbeiter jedes nur erdenkliche Konditormeisterstück. Überzeugen auch Sie sich von der Spitzenqualität des Bayerischen Konditormeisters. Herr Hölzel und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.